Jo meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin bei hier am Start mit dem wohl am meist gewünschtesten Highlight-Video von meinem 42 Stunden Live-Stream und ich muss hier ein kleines Vorwort anbringen, denn es geht hier um eine Trade-Offer von Cuba. Der versucht mir nämlich hier schon seit 12 Stunden seinen Slaughter anzutreten. Ihr wisst ja, Slaughter haben verschiedene Pattern, manchmal sieht man ja Diamonds drauf oder irgendwelche Angel Wings und wie auch immer. Aber Cuba sieht doch hier etwas sehr, sehr Interessantes. Ich hoffe auch, wenn man sich jetzt nicht so damit auskennt, dass es trotzdem für den einen oder anderen Lacher sorgt, gerade für die, die es nicht gesehen haben live und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. Ich mache schon so gefühlte 4 Stunden Trade-Offers und es hört nicht auf, als ob es unendlich Menschen auf der Welt gibt, die alle mir was reinlegen wollen. Die Offer jetzt nicht krass, das weiß ich auch nicht weiter. Ja, und dann sind da so Leute wie Cuba, die Offer mir schon seit ich geboren bin, irgendwelche komischen Low-Nice und ziehen sich mein halbes Inventory raus dafür. Guck, guck, dass da, nein, ich hab nicht, ich hab fair gemacht. Und vor allem Cuba sieht halt, Cuba, man merkt halt, dass du Russe bist, ne, weil die Russen auf Go-Leuchte, die sehen auch irgendwelche komischen, äh, äh, Skull-Hattern. Junge, ich mal dir das jetzt mit Paint auf, dass da welche sind, mir egal. Ey, alter. Photoshop die das mit, nein. Ey, ganz ehrlich, ich frag mal zumindest, ob ihr noch nicht featuret hast, hast du das mal auf Go-Lash gesehen, wo einer, ein, ähm, äh, äh, wie heißt das Vieh nochmal von Ice Age, der, ähm, ähm, äh, ähm. Diese, dieser, dieses, nein, nicht das, nicht das, nein, nicht das, nicht das kleine Scheiß Vieh, was ja immer der Eichel hinter, äh, Hashtag NoHomo hinterher rennt, sondern dieser, ähm, oder? Sollte das das sein? Was ist dieser Mammut? Dieser Mammut, Alter. Wie nur kommt das, Alter? Nee, Sid, da hast du schon einer geschrieben. Sid, genau den meine ich, Alter. Was? Sid ist doch dieses komische... Bist du... Nein, Alter, Sid ist der Vollidiot, den Otto spricht, Mann. Das faul ist hier, das faul ist hier, Mann. Das faul ist hier, Mann. Das faul ist hier, Mann. Du denkst wirklich... Alter, ich heul schon grad, Alter, dieser Mammut, war immer noch falscher Artikel. Boah, ich bin so ein Spitz, ja. Der, die oder das Mammut? Ja, natürlich, der Mammut, da machst du nix. Ey, ich bin mal richtiger Russe, Alter. Weil ich... Weil, wenn du dir mal überlegst, guck mal, wie dumm du eigentlich... Überlegst doch mal los. Guck mal, ey, guck mal, bei ne Slot, Alter, wie willst du da Mammut draußen hin, Alter? Guck mal, Mammut ist einfach nur so... So ein Riesenmammut, Alter. Am besten auf die einzelnen Haare, Alter. Ey, guck mal, ich warte, ich geb dir ein Guy, hau jetzt direkt, go do a schreien, dann live, und ich schreibe... Seek, 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 special, ready, ser, Mammut, pattern. Das... 5000... Ey, 5000 Keys, buyout. Very special, ready, pattern. Ja, ich hab so Shadowplay, Alter! Ey, warte mal, ich fern mir das jetzt noch mal an. Moment, warte mal ganz kurz. Ah, jetzt kommt's gleich. Ähm... Dieser, dieser, dieses... Nein, nicht das, nicht das... Nein, nicht das, nicht das kleine Scheiß-Feed, was da immer der Eichel-Hashtag-NoHomo hinterher rennt, sondern dieser, ähm... Oder? Sollte das das sein? Dieser Mammut. Hahaha, dieser Mammut. Wie so, als ob das so ein Türkis, Alter. Gibt's... Ist das auch ein türkischer Name? Oder Mammut? Das ist der Mammut, Alter. Hey? Hahaha, das ist so geil, Alter. Ey, es tut mir leid, also wenn ich da drauf keine 1-Million-Klicks bekomme, ich muss das irgendwie auf YouTube reinhauen, Alter. Das war das Lose, was ich jemals in meinem Leben gehört habe, Alter. Dieser Mammut. Hahaha! 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 Vor allem... Vor allem, Alter. Ich nehm mir so ein richtiges Slow-Mammut und dann hau ich einfach Cubas Kopf drauf. Hahaha! 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 So, ähm... So, ähm... So, ähm... So, als ob ich so gefragt hab, so... Ey, Bruder, weißt du, wer festgenommen wurde? Ja, äh, Bruder, äh, dieser... Mammut! Hahaha! 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 Gek, er stirbt, Alter! Ey, so gut! Ich kann mal sogar reden, die ist immer noch im Twins. Hahaha! 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 Mammut, sein Vater, Alter! Der Mammut! Hahaha! Der Mammut! Hahaha! 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 Ey, du... Fieser Mann! Hahaha! 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 Das ist so... Ey, Mann! Ich schau gleich, Alter! Hahaha! Warum... Warum... Warum mit Facecam? Hahaha! Ey, wenn du mich jetzt... Ich hab... Tränen, Alter! Hahaha! Hahaha! Mir kommt schon die Rötze aus der Nase, Alter! Hahaha! 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 Ich will nicht mehr nehmen, Alter! Hahaha! 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 Jogi, ich nehm mir das immer noch vor, wie schlecht das einfach nur ist, Alter! Hahaha! 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 Ey, ich kann nicht mehr... Ich will nicht mehr leben! Ey, ich muss mal laufen, Alter! Hahaha! 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 So, wie ich... Hab ich gesagt... committees spendяг ... ... ... ... ... ... Sie haben ja alles verletzt! Du kommst das Lachen und sie ist so viel zu fünnen! Sie sind so viel zufrieden und sie war mir schlalk. Sie hat nur so viel zufrieden, sie werden plus so viel zu bitteln!